Ein Cabriolet wie dieser Fiat erregt immer Aufmerksamkeit. Der Antrieb wird von einem Benzinmotor geleistet und einer Automatik. Im bequemen Interieur dieses Cabriolets finden Sie unter anderem eine Geschwindigkeitsregelanlage, fordere Sitzheizung und eine Klimaautomatik. Unter der Vielzahl an Extras fallen auf ABS, ESP und Tagfahrlicht. Wenn Sie noch in diesem Sommer mit offenem Verdeck fahren möchten, dann vereinbaren Sie jetzt einen Termin für eine Probefahrt mit diesem Cabrio. Untertitelung des ZDF für funk, 2017